Kennen Sie es auch? Sind Sie auch ein Seitenschläfer? So in Prionalstellung. Ich schlafe immer so und jetzt haben Sie endlich die Unterstützung da, wo Sie es brauchen. An der Hüfte, an den Lendenwirbeln. Denn ohne das Kissen liegt es dann so, man rutscht rüber, hier ist alles verdreht. Zack, bumm. Jetzt ist alles... Verspannt. Und jetzt haben Sie endlich die Unterstützung da, wo Sie es brauchen. An der Hüfte, an den Lendenwirbeln. Denn ohne das Kissen liegt es dann so, man rutscht rüber, hier ist alles verdreht. Zack, bumm. Jetzt ist alles...